Auf diesem Kanal erfährst du alles rund um Gartenunterhalt, Reinigung und Hauswartung. Mein Name ist Benno Gebhardt und ich bin Gründer und Inhaber der ImmoZoEnergie MBH. Ich bin ursprünglich mal gelernter Schreiner und habe dann noch die Weiterbildung zum Hauswart mit eidgenössischem Fachausweis gemacht. Auf diesem Kanal zeige ich dir, wie du dein Leben ein bisschen einfacher gestalten kannst, wieso das Sachen so sind, wie sie sind und natürlich darfst du auch ab und zu mal ein bisschen lachen. Jeweils am 1. Monat findest du neue, spannende Blogartikel bei mir auf der Homepage. Link dazu gibt es unten in der Videobeschreibung. Jeweils am 2. Donnerstag im Monat gibt es ein neues Video auf diesem Kanal. Wenn du Fragen hast rund um die Reinigung, um den Gartenunterhalt oder um das Thema Hauswartung, dann schreib mir diese unbedingt unten in die Kommentare und ich werde dir ein Video produzieren, das deine Fragen beantwortet.